So, liebe Leute, gerade wieder da von Nürburgring Strongman Run gelaufen und ja, insgesamt Platz 10 ist es bis jetzt geworden. Mal gucken, ob da noch einige rausfliegen, denn einige Leute meinen, an den Hindernissen vorbeilaufen zu müssen, anstatt drüber zu gehen und kürzen einfach ab. Das ist natürlich nicht so gut, aber egal. Beste Ergebnis bis jetzt nach 11 oder 12 Strongman Run Läufen, die ich gemacht habe und ja, ziemlich geil eigentlich, dass man das Ganze ohne Kohlenhydrate so überstehen kann. Und nach dem Lauf gibt es jetzt ganz viele Eier, die ich noch hier habe. Die habe ich gestern gekocht und noch nicht gegessen. Ja, das ist so das, was es heute gibt. Und dann wird natürlich vorbereitet auf nächste Woche. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ich wollte morgen ja eigentlich den Viva West Marathon noch laufen, aber da ich bis jetzt noch keinen Startplatz bekommen habe und mir das Ganze mit 60, 70 Euro dann doch zu teuer ist, denke ich mal nicht, dass ich morgen starte, sondern Training einlege und das Ganze geht natürlich so weiter. Die erste Runde, also ich habe wirklich gemerkt, dass mir die Berge noch fehlen, also Bergtraining. Ich muss das irgendwie unbedingt machen. Wir haben hier keine Berge und vielleicht mit Kniebeugen im 30er Wiederholungsbereich oder sowas, irgendwas lasse ich mir da einfallen. Da kann ich euch dann auch Tipps geben, wie ihr quasi Berge trainieren könntet, obwohl ihr vielleicht keine habt. Ausfallschritte, Kniebeugen, solche Sachen auf jeden Fall mit einbauen. Alles, was eben auf die Oberschenkel geht, was auf die Waden geht, auch mal solche Sachen machen. Versucht mal wirklich irgendwie so rückwärts zu laufen. 100, 200 Meter mal rückwärts zu laufen. Ihr werdet merken, wie das ganz schön in die Oberschenkel geht. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten habe ich mich in der zweiten Runde deutlich besser gefühlt als in der ersten Runde. Keine Ahnung warum, auch am Berg und vielleicht ein bisschen mehr Pausen dazwischen gewesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall von 13.000 Leuten insgesamt, keine Ahnung wie jetzt die Ergebnisse am Ende aussieht, aber in die Top 10 zu kommen bei so einem großen Lauf, das hat mich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder bestätigt, dass ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin. Ich bin natürlich noch nicht da, wo ich hin möchte. Das sind natürlich dann die ganzen Bestseiten, vielleicht Marathon unter 2,40 jetzt mal versuchen nächstes Mal und dann mal gucken, wo die Reise da noch hingeht. Auf jeden Fall wird da noch einiges kommen. Die Europameisterschaft steht ja an, nächsten Monat. So viel auf jeden Fall dazu. Und nochmal kurz zu dem letzten Video mit dem Wandern. Ich glaube einige haben es nicht so ganz verstanden. Vielleicht habe ich ein bisschen zu quer gedacht oder wie auch immer. Das sollte jetzt kein Video werden, was negativ behaftet ist, sag ich mal so. Ich wollte jetzt niemanden direkt herausfordern oder sonst was, sondern ich wollte einfach klar machen, dass es wichtigere Dinge gibt, als sich zu messen, die Ernährung drüber zu stellen. Was sagt das denn am Ende aus, wenn ich gegen ihn gewinnen würde, dass Fleischfressen jetzt doch besser ist für den Sport oder was auch immer. Du kannst doch an zwei Menschen, kannst du ja nicht ausmachen, was am Ende die ganze Ernährung, die ganze Welt auch. Wenn jetzt ein MMA-Fighter oder was auch immer, da kam heute glaube ich von Vegan Gains wieder. Wenn der gewinnt, was sagt das denn über den Rest aus? Auch Patrick Baboumian, da habe ich ja auch schon mal ein Video darüber gemacht. Was sagt die eine Person denn aus? Es sagt einfach nur aus, dass es so auch möglich ist und es ist auch ohne Kohlenhydrate möglich. Und da gibt es auch genug Beispiele und dementsprechend ist das einfach Blödsinn. Und deshalb habe ich die Sache mit der Wanderung vorgeschlagen, wo man mal sich auf andere Sachen vielleicht konzentriert und den ganzen restlichen Rotz vergisst, sozusagen. So viel auf jeden Fall dazu. Ich denke, ihr habt es verstanden und dann kommen da echt einige Veganer wieder an mit der Ethik-Keule. Von wegen, ja, drei Wochen nur Fleisch essen, darum geht es doch gar nicht. Habt ihr das nicht kapiert? Seid ihr wirklich so dumm? Also ganz ehrlich, seid ihr so dumm? Überlegt euch das mal selber. Es ging doch einfach nicht darum. Es ging darum, dass einfach behauptet wurde, dass man zum Beispiel mit nur Fleisch oder was auch immer eben nicht die gleiche sportliche Leistung bringen könnte. Darum ging es einfach nur. Das High Carb Vegan, das einzige ist auf der Welt, was man im Sportbereich machen muss, um optimale Leistung zu bringen. Wie auch immer. Darum geht es. Es ging nicht darum, irgendwie, dass man am Ende auch, was weiß ich, mit Fleisch vielleicht besser ist oder um die Ethik oder was auch immer. Ja, wie auch immer. Ihr kapiert es einfach nicht. Und dann, das war auch der Hammer. Schreibt mir da echt einer unter einem anderen Video auch drunter, ja, wie ist denn dein Cholesterinspiegel? So, sag ich so, ja, zwischen 170 und 200. Und dann kam es. Oh, da musst du aber aufpassen. Also ich würde ja an deiner Stelle lieber so unter 150, 140 oder was kommen. Also viel Spaß mit deinem Herzinfarkt und solche Sachen. Ich bin jetzt schon bei 165. Alter, ist das ein Wettkampf? Meinst du das wirklich ernst? Bist du so dämlich in deiner Birne? Jetzt mal ohne Witz. Und dann, das war nämlich der Hammer. Und das, genau das ist der Punkt, das, was mich stört an diesen ganzen Laberleuten da draußen, die nur, daran sieht man die Leute eigentlich, wer wirklich was drauf hat, wer wirklich nachdenkt, wer wirklich neutral ist und wer einfach nur labert. Ich habe ihm nämlich dann ein Video drunter gepostet. Ich habe ihm ein paar Quellen drunter gepostet, die ich dann benutzt habe, um eben zu zeigen, dass vielleicht 150 oder 170, sag ich mal, nicht so schlimm ist und dass man nicht unbedingt unter 150 muss. Und was kommt dann? Drei Minuten später, das Video geht anderthalb oder eine Stunde vielleicht, drei Minuten später kommt dann wieder ein Kommentar darunter. Ja, viel Spaß mit deinem Herzinfarkt, keine Ahnung, du musst unbedingt unter 150. Anstatt sich die Quellen wirklich mal anzuschauen, wirklich mal vielleicht neutral einfach anzugucken und sich das Video mal anzugucken und zu verstehen, was da vielleicht gesagt wird, wird direkt wieder geantwortet. Also, diese Leute lassen überhaupt nicht zu, dass Informationen vielleicht eingebracht werden, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Und genau daran sieht man Leute oder kann man die Leute selektieren, wer wirklich was in der Birne hat, wer wirklich was verändern möchte, wer wirklich auf die Gesundheit achten möchte. Oder wer einfach nur Nachläufer ist, einfach nur nachplappert, was vielleicht MacDougal, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Shiner Study sagen. Einfach nur das Buch runterbeten, ohne Sachen zu hinterfragen und total wir im Kopf sind. Solchen Leuten würde ich euch raten, einfach nicht zu folgen, nicht darauf zu hören, weil die sich sowieso nicht auf euch persönlich irgendwie einstellen könnten oder wie auch immer. Daran erkennt ihr solche Leute übrigens. Wenn mir jemand Studien gibt, habe ich euch ja schon in dem vorletzten Video gesagt, was ich vorhabe als Plan. Wir können darüber diskutieren, ob nicht nur Studien, auch was weiß ich, eure eigenen Blutwerte, keine Ahnung was. Kann man diskutieren? Ich sage ja auch, es klappt auf beide Weisen, bekommt man gute Blutwerte, kann man Diabetes heilen, wie auch immer. Es geht sowohl vegan, High Carb, wenn man es richtig macht. Es geht sowohl Low Carb, es geht Ketogen mit 80, 90% Fett. Und ja, Rückenspeck und Bauchspeck und solche Sachen haben eben auch 80, 90% Fett. Wollte mir auch keiner glauben. Wie auch immer, das Video wird schon wieder ein bisschen zu lang. Das lade ich jetzt direkt hoch vom Handy, werde das mal testen. Und ich wünsche euch aber noch einen schönen Samstag und nehmt euch das mal zu Herzen. Ich werde auf solche Kommentare, wollte ich sowieso nicht eingehen, aber ich versuche es irgendwie immer wieder trotzdem, was weiß ich, mal eine andere Seite darzulegen. Aber ihr kennt das ja, Scheuklappen, habe ich euch ja schon mal gesagt. Ich wünsche euch was.